Ist was los? Ihr könnt euch auf mich verlassen. Halskette weg. Goldring. Und noch mehr von diesen Bolzen. Sehr schön. Langsam wird der Platz knapp. Ja, das ist eine sehr gute Sache, dass Harry gerade nicht mehr genug Schleuderkugeln hat. Ja, verstanden. Okay, okay. Schön. Und ich glaube, ich habe langsam genug Bolzen wieder. Um damit eine Weile über die Runden zu kommen. Ich warte, wenn ihr es wollt. Dieser steigende Tümpel ist ein Heiligtum der Ku-Tau. Hier bringen sie der Meeresmutter ihrer Opfer da. Okay, 20 haben wir jetzt noch. Zusätzlich. Und hier unten. Wieder ein Aufseher. Oh, ein Wort der Macht. Betäubung. Das wäre nicht immer nett. So was zu finden. Bei Wörter der Macht sind doch recht stark eigentlich. So, alle geheilt. Das ist gut. Und das dürfte der Prinz sein. Ja. Meine Klinge wird euch schon zurecht stutzen. Ich glaube, betäubt euch. Ich habe hier wohl Schüsse. Jede Menge Edelsteine. Handschuhe. Das ist nicht schlecht. Was eigentlich schlecht ist, ist, dass das Inventar langsam voll wird. Ähm. Ja, Handschuhe. Noch mehr von den Bolzen. Naja, jetzt hat die Molen Bolzen. Ziemlich viele. Wow, sehr viel Gold. Und sehr viel Edelsteinzeug. Ich glaube, ich muss das wirklich alles hier unten verkaufen. Auch wenn da die Preise wahrscheinlich so tolle sein werden. Aber ich werde Platz brauchen. So, Einstellungen. Schwierigkeitsgrad runter. Stufenaufstieg. Rettungswurf um Tod. Alle Rettungswürfe um 2 reduziert. Das ist gut. ETW um 2 reduziert. Ein Priesterzauber. Stufe 1 und 2. Zusätzliche Trefferpunkte. Einverstanden. Ähm. Äh, ja. Mit ETW von minus 1. Der ist schon mal sehr schön. Ich habe jetzt... auf allen Sachen einen negativen Rettungswurf. Das ist auch sehr toll. Aha. Ein zusätzlicher Priesterzauber. Ich gebe mir mal eine Heilung. Und hier... Äh. Ich gebe mir mal eine... Das ist eines von denen da. Ja. Keine große Herausforderung. So. Wir können den Ausgang benutzen. Die die Drauda freigehalten haben. Ihr müsst eure Gruppe erst... Mal gucken, wo führt das hin. Oh. Das... Entfernt unsere... Ja, stimmt. Das ist der... Ausgang. Ach kommt. Jetzt hängen die beiden da fest? Wer... Stürzt dich in mein Schwerfüse, solange... Gott sei Dank. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Ton hören. Ja, das ist der Ausgang aus dem Unterreich. Das habe ich total vergessen, dass es den auch noch gibt. Ja, gut. Ich habe immer noch kein Tier, was ich opfern könnte gerade. Da muss ich glaube ich mal nachlesen, wo man das Tier nochmal herkriegt. Beziehungsweise herkriegen kann. Ich habe hier die Regale und alles, habe ich abgeklappert. Und hier oben bei den Betrachtern war ja auch nichts. Okay, gut. Kuatau Dungeon ist definitiv fertig. Keine große Herausforderung. Ja, die Oberin. Ich würde es fast wagen, mal hier zu schlafen. Ich hätte das nicht wagen sollen. Was ist das für viel Zeug? Echsenmenschen. Ja, verstanden. Ach ja, das ist geradezu einfach, weil wir die Schwierigkeitsgrad noch unten haben. Nun gut. Jetzt ist das Schwierigkeitsgrad wieder da, wo er hingehört. Ich warte. Was möchtet ihr? Ja, und ich plündere sie auch. So, funktioniert eigentlich jetzt schon? Nein. Ja, aber selbst so halten die Exenmenschen nicht viel aus. Ein Konzentrationstrank. Der wäre eigentlich auch nicht schlecht. Darf ich jetzt bitte schlafen? Nein, jetzt kommt Erdkolosse. Ich tue dir, wie du es an musst. Nächstes Mal. Die Kinderin der Natur ist bereit. Schon erledigt. Ich bin bereit. Jawohl. Wie ihr wünscht. Toll, da habe ich mich bei Kettung gerade verklickt. Darf ich jetzt bitte rasten? Danke. Handschuhe des blindes Schlages. Der Tegel kann einmal täglich verbesserte Hass mit einer Wirkungszahl von 20 Sekunden einsetzen. Na, nicht so wirklich toll. Kettenpanzer. Für die Flegel haben wir nicht genug. So, das heißt ab in den Betrachter-Dungeon. Im Betrachter-Dungeon findet man, glaube ich, auch gar nicht so viel. An Zeug. Damit auf jeden Fall am Anfang gleich von Betrachtern begrüßt werden. Ich warte auf euren Befehl. Weil ich ein bisschen buffen. Also, weil ich weiß, ist da auch gleich der ältere Betrachter mit dabei. Den wir töten sollen. Ja, älteres Todesorge. So, das mächtigste Viech dieser Nation. Eine Langschwertklinge. Das Betrachter-Blut. Äh, Betrachter-Auge. Das Blut des Guttau-Prinzen. Der Augenschein eines älteren Todsauges, das nicht gerade begeistert davon war, sich von ihm zu trennen. Und das Teil hier. Ja, die Langschwertklinge ist, soweit ich weiß, wieder vom Ausgleicher. Na, das werden wir ja sehen. So, theoretisch könnten wir jetzt schon den Dungeon verlassen. Allerdings liegen hier, soweit ich weiß, noch meine Oga-Krau... äh, mein Frostriesengürtel rum. Einfach alles töten. Und ja, die Truppen eigentlich will theoretisch wieder Drow-Ausrüstung, aber diesmal lasse ich sie liegen. Okay, jetzt ist mein Gepäck doch wirklich langsam voll. Hi. Und ja, soweit ich mich richtig erinnern kann, ist dieser Dungeon ungefähr genauso aufgebaut... wie der... Ach, herrje. Was wollt ihr noch alles auf mich wirken? Durch die Wände, ihr Cheater. Schön. Hört auf mit den Autoangriffen, Herrgott normal. Was kann ich schneller halten?